Kreuzworträtsel, hast du Bock auf, hab ich neulich mit Julien Bam gespielt. Schönes Kreuzworträtsel. 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 Toll wird aggro? Nein, überhaupt nicht. Ich bin tiefenverspannt. Ich war gestern aggro, das hättest du mal sehen müssen. Warum? Mit wem hast du gespielt? Mit mir selber. Ich hab bei mir rumgespielt und das war nicht schön. Dann musst du aggro geworden. Dann hast du die Wahrheit gesehen und hast gesagt, was, das gibt's doch nicht. Der war doch mal größer. Jetzt hab ich noch mehr Werbung auf der rechten Seite. Wer ist denn die Frau? Wer ist denn die Frau da? Wäre eine unserer betreuten Wohneinrichtungen auch etwas für sie? Warum krieg ich so? Kriegst du das auch? Bitte sag, dass du das auch kriegst. Nee, ich krieg, äh, sind sie noch so jung und aktiv wie früher. Schön, da hat der Algorithmus gut gearbeitet. Also wir lösen das jetzt abwechselnd. Nee, zusammen. Abwechselnd. Zusammen. Abwechselnd. Zusammen. Abwechselnd. Wir können zusammen machen und machen immer abwechselnd ein, äh, äh, ein, ein, ein Ding. Okay, dann fang du an mit Hindern. Was? Hindern? Ja. Nee, ich suche mir selber eins aus. Fang du doch an mit deinem Hindern. Okay, ich fang an mit Zocker. Das müsste Gamer heißen. Wo ist denn, wie, 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 wie trage ich denn das ein? Achso. Warte. Warte. So, jetzt bist du dran. Und ich hab auch recht. Untersuchungen, bitte. Das zweite von rechts oben. Warte mal. Untersuchungen. Untersuchungen, äh. Obduktio, nein, das ist fast nicht. Untersuchungen. Ich lese mal Subs vor, das kann doch dauern, oder? Analysen. Analysen. Nee, ist auch rot geblieben. Ah, N. Ja, ja, gut, gut. Hast du den Chat geguckt? Nein. Fische. Fische? Hä? Fische. Ja, Fische halt. Ja. Fische. Alles, was da steht, sind Fische. Gold? Passt das? Gold, Fische? Okay, wähl was aus. Ähm. Komm, soll ich was Einfaches nehmen? Du machst den Französischen König bitte hier. Hui? Was? Was? Hui? Louis? Louis. Louis. Nee. Nee. Mach mal R-U-I. Wer hat ein Pui gesagt? Rui. Rui, da steht doch Rui. Nein, stimmt auch nicht. Kannst du Französisch? Jetzt müsstest du sagen Rui. Rui, Rui, Rui. Wie, oh, fantastisch. Rui. R-O-I. Was heißt König auf Französisch? Mit O. Rui. 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 Oh, fuck, jetzt habe ich P eingegeben. Ah, Magnifique. Magnifique, ja. Damit kommst du richtig weit. Ja, so. Oh, Cherie, mon, Magnifique. Was ist mit Rui? Ich glaube, das stimmt. Warte, ich glaube, es wurde grün. Ja, das passt. Okay, du bist... Ah, ja, wie heißt du denn? Ich heiße Manfred. Und du, ja, Magnifique. Schirmmütze. Schirmmütze? Schirmmütze. Weißt du es? Nee, ich lasse dich die Sachen machen, die ich nicht weiß. Schirmmütze. Schiebermütze. 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 Schirmmütze. Golf. Fuckin' Kappe. Kappe. Alter, ich weiß es nicht. Schirmmütze. Das ist das Ding, was ich aufhabe, oder? Ist das nicht sowas? Nee, das ist... Du hast ja die... Wie heißt denn diese ganz normalen, die hier... Diese ganz normalen von... Bei mir ist das weg hier. Ich weiß gar nicht, wie die aus... Ich weiß. Ach, Schirmmütze, so sehen die aus. Sorry, sorry. Hast du gerade gegoogelt? Aber nur wie die... Hör mal, ich sehe, mein Bildschirm geht weg. Ich habe vergessen, dass du das sehen kannst. Ja, nee, mach ruhig. Oh, komm, parallel. Schirmmütze, sorry. Äh, ich habe... Äh, Schirmmütze. Weißt du's denn jetzt? Du hast es ja nachgeguckt. Kapitä... Nein, ich weiß nur, wie es aussieht, wie so eine Kapitänsmütze. Hm, da musst du noch mal nachgucken. Toll. Ich weiß es nicht. Bist du ein Drecksack hier, Heimlich? Ich denke, was ist hier los? Wird... System runtergefahren. Shutdown, du... Merkt der nicht? Ja, warte, Paul. Ich seh auch, wie er oben eintippt. Schirmmütze. Ich hab vergessen, dass du das auch siehst. Okay, Schirmmütze. Kappe, Kappe... Hör mal, google doch einfach. Oder frag deinen Chat. Na, okay. Jeder von uns hat einen Joker. Nein, mach ich nicht. Eben noch Schirmmütze eingeben und jetzt... Jeder von uns hat einen Publikums-Joker. Okay? Okay. Ich guck jetzt in den Chat. Basecap. What? Ja, Kreiszahl mach. P. Und das ist easy. Yeah! Du machst mal dörfliches Gemeingut. Dörfliches Gemeingut? Hm, dann bist du erst mal beschäftigt. Dann geh ich mal was essen und mal duschen und... Ist der Abfall nicht dörfliches Gemeingut? Müllkippe. Nee. Was? Müllkippe. Dörfliches Gemeingut. Okay, was ist damit gemeint? Auf dem Dorf. Mhm, ein Gemeingut. Gibt's denn etwas, was allen gehört, richtig? Dorfplatz. D-O-R-F-P-L-A-T-Nee. Dörfliches Gemeingut? Was weiß der nicht? Ich glaub, ohne deinen Chat-Joker schaffst du das nie. Weißt du's? Hä? Weißt du's? Nee, ich muss es ja auch nicht wissen. Deshalb hab ich's dir gegeben. Hör mal, ruf da jemanden an. Wir fügen jetzt einen Telefon-Joker hinzu. Ruf einen an. Ich hab doch keine Freunde, den einzigen mit dem red ich gerade. Der hat mir diese Scheißaufgabe gegeben. Jetzt bei mir, jetzt bei mir, die Lilit, die Lilit. Oh, Taya ruft an. Ist geil, wenn wir beide mal bei Wer wird Millionär werden. Dann rufen sie einen Joker an und du sitzt. Dann gib was ein oder frag einen Chat. Arschen, nee. A-Soziale. Jedes Dorf hat seine. Also A-Soziale. Ich frag einen Chat. Friedhof. Dorf-Matratze. Prostituierte. Hör mal auf. Warte. Was ist denn eine Almende? Zahnwahl. Zahnwahl. Hier, bitte. Mach den Scheiß. I don't have a clue. Dein Joker ist auch gleich raus. Almende. Zahnwahl. Was? Zahnwahl. Nee, Wahl ohne D. Zahnwahl. Wahl mit nur einem Zahn. Nein. Das kann ja nur der Narwahl sein. Narwahl. Gib mal Narwahl ein. N-A-R-W-A-L. Wieso weißt du das? Ich wollte mal Tierforscher werden. Ich hab früher immer die ganzen Tierfilme mit dem Chimek und dem Heinz-Linmann gesehen. Googelst du jetzt gerade schon wieder? Bedeutung. Wert. Tert. Kert. Wert. Bedeutung. Wert. Ja! Wenn die Alarmglocken in der Beziehung schrillen. Die Statistik ist unerbittlich und brutal. 50% aller Ehen werden geschieden. Was? Moment, meine Frau ruft an.